Dies ist das NADH Skin Serum, ein Schönheitsserum für die Haut und entwickelt wurde dies von dem Arzt und Biochemiker Prof. Dr. Dr. Georg Bürgmeier aus Wien. Was ist NADH? NADH ist einfach ausgedrückt der biologische Wasserstoff, der reagiert mit dem Sauerstoff in der Zelle und macht Energie. Also NADH ist der Treibstoff der zellulären Energieproduktion. Wir haben NADH in unserem Körper, in allen Organen und die Organe, die die meiste Energie benötigen, das Herz und das Gehirn hat die höchste NADH-Konzentration. Und wie ist die Idee überhaupt entstanden, dass Sie dachten, diesen Wirkstoff, der so wichtig ist für uns, kann man auch nutzen für zum Beispiel Kosmetika? Der Wirkstoff war lange bekannt, aber wurde nie therapeutisch eingesetzt, weil alle gedacht haben, der Wasserstoff ist so instabil, dass man den nicht verwenden kann. Und zusammen mit meinem verstorbenen Vater, der Neurologe war und der Frau Parkinson, das sind die, die so zittern, die klassische Therapie entdeckt hat, das L-Dopa. Und der hat viele Patienten aus dem Ausland gehabt, unter anderem auch den Mao Zedong. Und hat also bei Patienten, bei denen das nicht gewirkt hat, zu mir gesagt, Georgi, lass dir was einfallen, wie können wir denen helfen? Dann habe ich im Biochemie-Lehrbuch nachgesehen und NADH ist für die Biosynthese von dem L-Dopa von entscheidender Bedeutung. Und ich hatte eines der größten Labors in Wien und habe das NADH auf jedem Schreibbisch gehabt, habe ihm das gegeben. Er hat das beim ersten Patient intravenös angewandt und der Patient, der kaum gehen konnte, ist nach einer halben Stunde aufgestanden und gesprungen. Das war die Entdeckung der therapeutischen Wirkung von NADH. Und was bewirbt NADH denn jetzt in meiner Haut? Ja, dieses NADH Skin Serum ist eine weitere, ganz schwierige Entwicklung. Es ist das NADH in kleinen Fettröpfchen inkludiert und diese kleinen Fettröpfchen sind so klein, dass sie durch die Haut durchgehen. Zwischen den Zellen schlängelt sich das durch und transportiert den Wirkstoff NADH in die Haut hinein. Normalerweise behaupten ja alle Anbieter von Kosmetika und Cremes, dass die Wirkstoffe in die Haut gehen. Das ist in den meisten Fällen wirklich geschwindelt. Also in diesem Fall wäre das ja wirklich etwas, was nahezu revolutionär wäre. Also revolutionär würde ich nicht sagen, aber wir haben den Beweis, dass es durch die Haut durchgeht, dort eben Energie macht und Wasser. Die Haut wird frischer, strahlender, aber man merkt die Wirkung, weil man auch aktiver ist. Man ist konzentrierter, man ist nicht mehr müde durch das Serum, durch das Skin Serum. Das heißt NADH, der Wirkstoff, geht durch die Haut durch und wird nicht nur in der Haut aktiv, sondern im ganzen Körper. Also ich werde schöner und wacher zugleich. Und wir haben jetzt hier eine Anwenderin, die beides natürlich gut gebrauchen konnte. Isabel Weiken, seit drei Jahren nehmen Sie dieses Skin Serum. Sie sind ein Star auf der Musicalbühne und das ist sowieso viel Stress, aber auch sehr viel Stress und Belastung für die Haut, weil Sie sehr stark geschminkt werden, weil Sie starke Bühnenlichter aushalten müssen. Wie sind Ihre Erfahrungen? Also ich kann sagen, Sie haben vorhin gesagt revolutionär und für mich war es ein bisschen revolutionär. Ich nehme das seitdem wir uns kennen, seit drei Jahren regelmäßig und ich bin total begeistert davon. Ich weiß, ich habe so Abende erlebt mit der Bühne und Schminke ganz dick und man verschwitzt und macht das runter und denkt, oh Gott, wie schaue ich aus. Und dann habe ich mich so gefreut, wie ich dieses Skin Serum dann entdecken durfte durch dich. Und ich habe gespürt, das tut man dann eben so auf die Haut einklopfen, einmassieren, das geht so voll in die, unter die Haut, in die Zellen und macht eine strahlende, schöne Haut. Und ich habe es dann oft nach der Vorstellung aufgetragen und könnte auch noch sagen, okay, jetzt trinke ich noch ein Glas Wein, ein bisschen leichtes Make-up drauf und ich sehe hübsch und gepflegt aus und fühle mich wohl für den Abend. Wir Frauen wollen ja gerne die schönste Königin sein. Ist das Ihr Geheimnis geblieben oder haben Sie Ihren Kolleginnen dieses Serum dann auch empfohlen? Nein, also ich habe neben mir ganz viele schöne Königinnen. Ich habe meine allerbeste Freundin, also ich bin selbst 65 und meine allerbeste Freundin ist eine andere Generation. Das ist die Ann Mandrella und das ist ein wunderbarer Musicalstar, hat auch viel an Broadway gespielt und die hatte nach ihren Zwillingen, plötzlich auf einmal nach der Geburt der Zwillinge eine totale Akne im Gesicht und sie war verzweifelt und sie musste auftreten und dann hat sie eben dieses Serum bekommen und es war innerhalb von 14 Tagen verschwunden, die Akne. Und sie hat wieder ein wunderschönes Gesicht und darüber freue ich mich und ich gehe mal ins Theater und sage, Mensch, probiert es mal aus, schaut mal. Und sie sind alle meine Kolleginnen begeistert und wir Frauen müssen ja zusammenhalten, also sollen wir auch zusammenhalten, was die Schönheit beträgt. Wir Frauen nehmen meistens auch mehr als ein Produkt. Kann ich dieses Skin Serum mit anderen Kosmetika kombinieren? Das ist eine sehr wichtige Frage, das finde ich in jedem Fall auch wichtig zu sagen, weil jede Frau hängt an irgendetwas, sagt Mensch, ich habe dieses eine Produkt, das will ich, das habe ich über Jahre und ich bin dem treu und das hat mir so geholfen und ich habe das genauso natürlich. Aber das kann man als Grundlage, als Basis nehmen und anschließend kann ich auf die Haut tun, all das, was ich eigentlich immer geschätzt habe und da kann ich voll dabei bleiben. Dankeschön. Akne, haben wir gehört, geht damit weg. Die Haut wird schöner, feinpuriger möglicherweise, die Falten verschwinden. Was bewirkt dieses Serum sonst noch? Also wir haben an einer Studie an der Universität Freiburg Dermatologie gezeigt, dass es nicht nur gegen Falten wirkt, sondern auch gegen Kuperose. Das sind die besenweißen Ritzen. Es wirkt aber auch gegen Altersflecken. Es wirkt gegen Vitiligo, also die Weißfleckenkrankheit und gegen Rosacea. Das ist eine ganz schwere Hauterkrankung. Also es repariert geschädigte Hautzellen. Das ist vielleicht die Basisbotschaft. Viel hilft viel, denken ja viele. Kann ich mich damit überdosieren? Nein. Sie können sich mit NADH nicht überdosieren. Erstens haben sie NADH im Körper und zweitens fehlen allen Menschen NADH. Und das Skin Serum ist eine Möglichkeit, um NADH nicht nur in die Haut zu bekommen, sondern in den Körper. Und dann frage ich auch gerne nach den Nebenwirkungen. Denn alles, was in den Körper geht, könnte ja möglicherweise auch noch störende Wirkungen haben, die ich dann gar nicht möchte. Ja, aber die Nebenwirkungen, die haben wir in allen Studien dokumentieren müssen. Das war die Auflage der Gesundheitsbehörden. Wir haben bisher keine Nebenwirkungen feststellen können. Und das stärkste Argument für mich ist, dass die Anwender, vor allem die Amerikaner, die bei jeder kleinen Nebenwirkung sofort den Anwalt bitten, einen Brief zu schreiben. Wir haben mehr als hunderte spontane Briefe bekommen über die tolle Wirkung. Und erst vor vier Wochen habe ich das Serum der Frau eines amerikanischen Arztes gegeben, die ich gar nicht kenne. Und die hat mir nach 14 Tagen geschrieben, das beste Kosmetikum, das sie je eingesetzt hat. Und die ist auch an die 60. Und die hat also mit Kosmetika wahrscheinlich schon einige Erfahrungen gesammelt. Das ist natürlich das größte Kompliment, das man bekommen kann, wenn man so etwas entwickelt. Wo kann ich das denn kaufen? Prinzipiell ist es in jeder Apotheke erhältlich. Es hat eine sogenannte Pharmazentralnummer. Der deutsche Großhandel hat es. Aber viele Apotheken werden das noch nicht auf Lager haben, weil sie es noch nicht kennen. Und daher ist das Beste, das direkt von unserer Firma in Wien zu beziehen, wo es innerhalb von 24 Stunden an jeden Kunden ausgeliefert wird. Isabel Weiken, Herr Professor Birkmeier, Sie haben mich zumindest neugierig gemacht. Überzeugen werde ich mich dann später. Ich glaube, ich werde mir das auch mal zulegen. Das Schächtchen sollen Sie behalten. Das darf ich behalten. Das dürfen Sie behalten. Ich zeig's mal schnell, wie das geht. Also Dose aufmachen, ist wichtig. Hokus pokus. Dann ein bisschen in die Hand. Und dann hier so einklopfen. Diese Stellen, die wir Frauen gar nicht so mögen, auf die Stirn. Normalerweise, wenn man abgeschminkt ist. Wenn man abgeschminkt ist und das dann einmassieren, bis es ganz getrocknet ist, in die Haut eingedrungen ist. So lange. Und dann lässt man es. Und das können Sie jetzt gleich ausprobieren. Das ist auch der beste Sonnenschutz, weil es die Haut vor Sonne schützt. Wenn Sie das NADH-Skin Serum vorher auftragen, bevor Sie in die Sonne gehen, dann können Sie stundenlang in der Sonne sein. Sie werden braun, aber Sie kriegen keinen Sonnenbrand. Während die ganzen Sonnenschutzcreme mit dem weißen Stoff, mit dem Titanoxid, sind sehr, sehr schädlich. Weil das Titanoxid geht durch die Haut durch und ist als Schwermetall giftig. Und wenn Sie einen Sonnenbrand haben und das auftragen, ist der nach fünf Minuten weg. Also Verbrennungen. Sie greifen auf die heiße Herdplatte und nehmen das drauf. Sie kriegen nicht einmal eine Brandblase. Also gut, ich würde Ihnen, liebe Zuschauer, dieses Experiment nicht unbedingt empfehlen. Aber ansonsten danke ich Ihnen vielmals für die vielen Informationen zu NADH, dem Skin Serum. Vielen herzlichen Dank. Off record. Wissen Sie, wie wir es in Amerika sind, wie jemand mich gefragt hat, was ist NADH? Da habe ich gesagt, die richtige Abkürzung ist Nature's all day high. Das heißt, ich bin den ganzen Tag high und das ist auch richtig, wenn man das nimmt. Dabei haben wir heute gar nicht so viel genommen, oder? Nein. Na eben. Jetzt fangen wir erst anzunehmen. Ich habe heute eine Tablette genommen und bin aufgedreht wie eine Düsenmaschine. Ich habe heute gestorben. Nein. Vielen Dank.